Herzlich willkommen zur Vorlesung Analysis weiterführende Konzepte. Hier in diesem 36. Lernvideo möchten wir die Beweise zu den Aussagen diskutieren, die wir bisher im Kapitel Riemann Integral gesehen haben. Ja, wir beginnen mit Lemma 4.8. Hier betrachtet man zwei Treppenfunktionen, die eine Darstellung besitzen, die auf verschiedenen Quadermengen beruhen. Hier hat man n-Quader, bezeichnet mit Qj, und hier hat man n-Hut-Quader, bezeichnet mit Q-Hut. Und das Lemma sagt zwei Dinge. Zum einen sagt es, dass man die Darstellung so verfeinern kann, dass beide Darstellungen jetzt die gleichen Würfel, Q-Tilde, verwenden. Und dann sagt es auch noch, dass diese Summen, wo man, wo eben die Volumina der, der Quader der Darstellung vorkommen, sich nicht ändert, wenn man die Darstellung ändert. Und das ist ja dann die Aussage, dass das Integral der Treppenfunktion wohl definiert ist. Ja, um den Beweis zu illustrieren, stellen wir uns vor, dass die Würfel, die in der Definition von F involviert sind, diese grünen Quader hier sind. Ich male mal einfach drei an. Und ich möchte die Quader, die zur Definition von F-Hut gehören, mal in blau markieren. Ich könnte es hier so einen Quader geben und vielleicht hier einen weiteren. Und insgesamt gezahlt für blau und grün jeweils endlich viele Quader. Und der erste Schritt, den man jetzt im Beweis durchführt, hier unten, ist eine, zunächst mal eine Menge einzuführen. Das ist hier die Menge Schreibschrift Q. Und diese Menge besteht aus allen Würfeln, die man hier sieht, also aus den grünen und blauen. Das sind alle Würfel, die in den Darstellungen von F und F-Hut vorkommen. Und dann möchte man eine Menge aus paarweise disjunkten Quadern konstruieren, hier kalligrafisch A, sodass man jeden dieser Würfel darstellen kann als eine disjunkte Vereinigung von Würfeln aus diesem A. Und wie geht man hier vor? Ich kann das hier an dem Bild zunächst mal erklären. Dazu male ich zunächst mein Koordinatensystem auf. Das ist ein bisschen zu dick. Und das wäre mein Koordinatensystem. Das wäre jetzt hier die x1 und die x2-Richtung. Und was man jetzt zunächst macht, ist zu markieren, auf jeder Koordinatenachse die Koordinaten von Eckpunkten dieser Quader markieren. Das heißt, hier wäre so ein Eckpunkt, da mache ich also ein Strich hin, hier wäre wieder ein Eckpunkt, dann käme hier oben einer, dann hier gleich dahinter wieder einer, dann kommt hier einer, hier kommt einer, hier ist einer, hier ist einer und hier ist einer. Das wäre also auf der x1-Achse und auf der x2-Achse geht man genauso vor. Da wäre hier ein Strich, vielleicht ein bisschen drunter sogar nochmal einer, dann käme hier ein Strich, hier käme ein Strich, hier käme ein Strich, hier käme ein Strich, hier einer, hier einer, hier habe ich einen vergessen und hier oben einer. So, und was man dann als nächstes macht, ist sich alle Würfel anzusehen, deren Eckpunkte durch jeweils Kombinationen aus diesen Koordinaten gegeben sind. Also, man kann sich das so anzeichnen, ich male mal nur ein paar ein, ich will jetzt nicht alle anmalen, weil das dann zu viele werden. Zum Beispiel, wenn ich den Eckpunkt nehme, diese zwei Koordinaten und diese beiden Koordinaten, dann bekomme ich hier einen roten Würfel und das wäre genau dieser hier. Dann gebe es hier auch nochmal einen weiteren Würfel, der würde zu den Koordinaten und denen gehören und so weiter. Und was man eben bekommt, ist unzählige Würfel. Ich male mir hier oben noch einen an, zum Beispiel wäre das hier auch ein Würfel, der eben vorkommen würde mit diesen beiden Koordinaten und diesen beiden. Und da sieht man, dass es jetzt halt ein Würf, ein Quader wäre, der in keiner dieser grünen oder blauen Quader drin liegt. So, und was man jetzt sich einfach klar machen kann, ist, aufgrund dieser Konstruktion kann nun jeder grüne und jeder blaue Quader als eine disjunktive Vereinigung von all diesen roten Würfeln dargestellt werden. Und das ist genau das, was man hier jetzt im ersten Schritt behauptet. Also es existiert diese Menge, diese Menge wären jetzt diese roten Quader, deshalb markiere ich die Menge vielleicht mal in rot. und das sind endlich viele disjunkte Quader und ich kann jeden Quader in der Menge Q und diese Menge besteht eben aus den blauen und aus den grünen Quadern, dieser Quader kann ich eben disjunktive Vereinigung darstellen, dieser roten Quader. So, und wie macht man das? Wie schreibt man das auf? Nun, das, was man da oben am Bild angezeichnet hat, kann man wie folgt jetzt formal aufschreiben. Man führt diese Striche, also diese Striche, die ich auf die Koordinaten eingezeichnet habe, sind durch diese Tau I1 bis Tau Im wiedergegeben. Das sind die reellen Zahlen, hier steht I für die Koordinatenrichtung und 1 bis M zählt, die Indizes zählen eben geordnet sozusagen diese Position der Striche durch. Und man kann das dann sich so aufschreiben, man definiert erstmal die Menge aller Striche, die vorkommen, das sind die Infima bzw. Suprema der Iten-Koordinaten der Punkte, die in einem Würfel drin liegen und zwar von allen Würfeln, die wir betrachten müssen. Das ist erstmal eine Menge und die Menge, die ordne ich dann an. Die Menge könnte theoretisch auch aus nur zwei Zahlen bestehen, aber ich ordne die trotzdem so an, möglicherweise mit einer Mehrfachnennung von Position, dass ich M Zahlen bekomme und M ist eben zweimal N plus N Strich. Und zweimal N plus N Strich, das ist eben zweimal die Gesamtzahl einer Würfel, die in Q potenziell vorkommen können. Was nun nach Konstruktion klar ist, ist folgendes. Wenn ich mir einen Würfel aus meiner Q-Menge rausnehme, das war also ein blauer oder ein grüner Würfel, dann kann ich immer Elemente dieser Mengen finden für jede Koordinatenrichtung und das heißt, ich kann Indizes finden, J I und J Strich I, sodass dieses kathesische Produkt dann genau diesen Würfel, diesen Quader ergibt. Ja, das ist offensichtlich. Und man kann jetzt diese einzelnen Intervalle hier wieder schreiben als Disjunktiv-Vereinigung von hintereinander folgenden Positionen in diesen Mengen. Und erhält dann entsprechend kleinere Quader, die alle Disjunkt sind. Und in dieser Menge A betrachten wir eben alle Quader, die man auf diese Weise konstruieren kann. Das heißt, ich wähle mir einfach hier aus dieser Liste für jede Koordinatenrichtung ein Paar raus, und zwar zwei Nachbarn raus. Also ein Tau I1, ein Tau I2 beispielsweise. Und das mache ich für jede Koordinatenrichtung und die entsprechenden halboffenen Intervalle. Von denen nehme ich das kathesische Produkt und erhalte auf diese Art und Weise einen dieser roten Würfel, die wir oben bereits eingezeichnet haben. Und mit diesen kann man jetzt natürlich diese Mengen hier alle als Disjunktiv-Vereinigung darstellen und damit auch jeden Quader aus unserer Menge Q. Und damit ist dieser erste Schritt in dem Beweis dann gezeigt. Ja, in dem zweiten Schritt geht es jetzt darum zu zeigen, dass man die Darstellung von F, ich gehe mal hier nach oben, diese Darstellung, diese hier so umschreiben kann, dass nur noch die Quader aus unserer konstruierten Menge A vorkommen. Und man eben so eine Darstellung dann gewinnt, wo man nur die Indikatorfunktion hat über die Quader aus dieser roten Menge, aus dem roten Mengensystem, und die Koepizienten werden halt mit Gamma L bezeichnet. Das möchten wir zeigen. Wir führen das für F durch und mit dem gleichen Argument kann man das dann für F-Hut durchführen. Okay, gehen wir mal wieder nach unten. Wie geht man hier vor? Zunächst mal wählt man sich, indem man den Index J festlegt, einen Quader aus der Darstellung von F heraus. Der Quader ist grün. Also unser QJ. Und dann schaut man sich einen Quader aus unserem roten Mengensystem an, das wir in Schritt 1 konstruiert haben. Das waren diese disjunkten Quader, mit denen man jeden Quader wie QJ eben als disjunkte Vereinigung darstellen kann. Und dieser Quader könnte jetzt entweder außerhalb von QJ liegen oder vollständig in QJ enthalten sein. Die zwei Möglichkeiten gibt es. Und was nicht gehen kann, ist, dass unser Q-Tilde L, also der Quader aus der konstruierten Menge eben QJ so nicht trivial schneidet. Und das liegt an der Konstruktion, denn wir haben die so konstruiert, dass diese Quader eben alle disjunkt sind und dass die Eckpunkte, die Koordinaten der Eckpunkte eben nächst den Nachbarn sind in dieser Konstruktion. Das heißt, es könnte höchstens so eine Situation vorkommen, aber nicht so ein nicht trivialer Schnitt. Da muss man einfach nochmal sich die Definition den Quader nochmal genau anzählen, dann sieht man das. Okay, also die zwei Möglichkeiten gibt es für unseren Quader, der hier mit Q-Tilde L bezeichnet ist. Und jetzt legt man einen Koeffizienten fest. Sigma JL, der hängt also von dem grünen und von dem roten Quader ab und man sagt, dieser Koeffizient soll 1 sein, falls wir in der Situation sind. Das heißt, wenn der rote Quader in dem grünen enthalten ist und 0 sonst. Okay, so definiert man sich dieses Sigma JL. Und nun kann man feststellen, dass man die Indikatorfunktion von dem grünen Würfel auf diese Art und Weise ausschreiben kann. Was steht hier? Hier steht die Summe über L und dieses L durchläuft alle Indizes, die man benötigt, um die Quader in unserem roten Mengensystem zu durchlaufen. Und wir summieren halt nur die Indikatorfunktion jener Quader auf, die vollständig im grünen enthalten sind. Und da wir wissen, dass wir den grünen Quader ja als disjunkte Vereinigung schreiben können, entsteht hierdurch eine Identität. Die beiden Funktionen, das sind ja Funktionen, Indikatorfunktionen, sind also identisch auf dem Rn. Und wenn man sich die Volumen anschaut, dann erhält man auch diese Gleichheit der Volumen. Wenn man ein Bild malt, ist es ganz klar, dass dieses hier gilt, denn man summiert auf der rechten Seite die Volumen auf, die man, die Volumen aller Quader auf, die man braucht, um hier disjunkt, diesen grünen Quader darzustellen. Und dann sind die Volumen auf der rechten Seite, die Summe der Volumina eben identisch mit dem Gesamtvolumen des grünen Quaders. Das ist am Bild ganz offensichtlich. Und wenn man das dann formal beweisen will, dann macht man halt eine Induktion nach der Anzahl der Unterquader, die man braucht, und muss sich die Indizes genau anziehen. Aber das ist nicht interessant. Das können Sie, wenn Sie möchten, selber herausfinden, wie man das am besten aufschreibt. Ja, mit diesen beiden Identitäten können wir jetzt tatsächlich die Aussagen des Lemmas beweisen. Die erste Aussage war ja, dass man die Darstellung von f als Treppenfunktion so umschreiben kann, dass wir eine Darstellung bekommen, die nur noch disjunkte Quader verwendet, und zwar jene Quader, mit der man dann auch fu darstellen kann. Und was wir hier zeigen, ist, dass man diese Darstellung umschreiben kann in den Darstellungen, wo jetzt diese q-Quader eben vorkommen. Wie macht man das? Man startet einfach hier, man substituiert dann die Indikatorfunktion von qj auf diese Art und Weise, dass es hier passiert. Und jetzt sortiert man einfach die Summe um, dass es hier passiert. Und wenn wir jetzt hier diese innere Summe uns ansehen, dann ist es halt eine Summe reeller Zahlen. Da kommt eine reelle Zahl raus, die bezeichnen wir mit Gamma L. Und dann sehen wir, dass wir tatsächlich eine Linearkombination haben, einfach der Indikatorfunktion der getildeten Quader. Also der Quader aus unserer konstruierten roten Menge. Und die Koeffizienten sind mit Gamma L bezeichnet. Damit haben wir dieses Umschreiben der Darstellung uns an der Stelle schon klar gemacht. Und weil man genauso für, wie wir gleich sehen werden, für f-Hut vorgehen kann, ist der erste Punkt des Lemmas bewiesen. Das Zweite, was man dann macht, ist, man sieht sich dieses Volumen an. Das ist genau die rechte Seite in der Definition des Integrals für eine Treppenfunktion, für eine Treppenfunktion, die eben so dargestellt wird. Ja, und hier substituiert man dann das Volumen mithilfe dieser Identität, setzt es also hier ein, sortiert genauso wie hier um und erhält dann dieses Volumen. Und hier tauchen jetzt genau die gleichen Koeffizienten auf wie bei der, dieser oberen Darstellung der Treppenfunktion f. Genau, und damit ist das, was hier steht, übrigens dann eben die rechte Seite der Definition der Treppenfunktion, des Integrals einer Treppenfunktion, welche diese Darstellung gesetzt. Gut, man kann das Gleiche jetzt für f-Hut machen, das passiert hier, und erhält dann zum einen für f-Hut diese Darstellung mit Koeffizienten Gamma L-Hut und man kann die Volumen genauso ausrechnen, da kommen eben Gamma L-Hut-Koeffizienten wieder vor, während diese Koeffizienten hier, die Volumen von q-Tilde L und die Indikatorfunktion von q-Tilde L dieselben sind wie bei f. Ja, und der letzte Punkt der Beobachtung ist nun folgendes, wenn f gleich f-Hut ist, dann können wir daraus schließen, dass das genau dann der Fall ist, wenn Gamma L gleich Gamma-Hut L ist. Und das liegt daran, dass diese Quader q-Tilde L alle disjunkt sind. Wenn die nicht disjunkt wären, dann wäre diese Aussage falsch. Dann würde nur die Richtung von unten nach oben gelten. Aber die Quader sind eben disjunkt. Und dann kann man sich einfach beispielsweise ein x nehmen aus einem dieser Würfel und würde dann sehen, f von x ist nichts anderes als Gamma L und f von x ist Gamma-Hut L und f von x ist dasselbe wie Gamma L. Und wenn jetzt diese beiden identisch sind, dann müssen eben auch diese Koeffizienten identisch sein. Ja, und wenn die Quader nicht disjunkt wären, dann würde hier eine Linearkombination stehen. Dann könnte mir nur folgen, dass die Linearkombination der Koeffizienten identisch wären und daraus folgt dann nicht unbedingt, dass die Koeffizienten dieselben sind. Okay, und mit dieser Beobachtung ist dann dieses Lemma bewiesen. Ja, das nächste Resultat, das wir beweisen möchten, ist das Riemannsche Integrierbarkeitskriterium. Das ist nochmal die Formulierung. Hier sagt man, die Funktion f ist Riemann-Integrierbar genau dann, wenn wir zwei Treppenfunktionen finden können, welche die Funktion einschließen und sodass diese Differenz der Treppenfunktion ein Integral haben, das kleiner gleich als y ist. Ja, und hier nur nochmal, um das zu betonen, dieses Integral ist jetzt das Integral für Treppenfunktionen. Und das können wir einfach ausrechnen. Ja, das ist ja eine Äquivalenz. Da steht ja genau dann, wenn. Das heißt, man muss zwei Richtungen zeigen. Und die erste Richtung soll sein, dass wir annehmen, dass f Riemann-Integrierbar ist und dass dann daraus diese Behauptung folgt. Ja, was bedeutet es nun nochmal, dass f Riemann-Integrierbar ist? Dazu gehen wir hoch in die Definition. Die sehen wir hier. Ja, das bedeutet, dass das Ober- und Unterintegral identisch sind und dass beide, das Ober- und das Unterintegral, reelle Zahlen sind. Also echt größer als Minusunendlich und kleiner als Plusunendlich. So, und allein aus der Tatsache, dass das Ober- und Unterintegral eben reelle Zahlen sind, folgt, dass diese Mengen, die hier stehen, erstmal nicht leer sein können und dass diese Mengen eben ein Infimum beziehungsweise ein Supremum besitzen. Okay, und damit starten wir auch den Beweis. Wir sagen hier f Riemann-Integrierbar, dann sind diese beiden Mengen nicht leer und besitzen ein Infimum beziehungsweise ein Supremum. Und wenn wir jetzt die Definition dieser Extrema verwenden, heißt es, wenn wir ein Epsilon suchen, dann finden wir eben Elemente hier drin und hier drin, sodass in diesem Fall das Integral über die Funktion g oben quer kleiner ist als das Infimum dieser Menge. Wenn wir es zumindest um Epsilon halbe vergrößern, das ist einfach die Definition des Infimums und genauso können wir beim Supremum vorgehen. Wir finden dann in g unten quer eine Treppenfunktion, das dann kleiner ist als das Infimum, wenn wir dieses Ja, hier ist ein Fehler, sehe ich gerade. Das soll natürlich hier das Supremum sein. Wenn wir dieses Supremum vergrößern, äh, verkleinern um ein Epsilon halb. Na, immer wenn man ein Supremum verkleinert, kann man eben ein Element finden, welches noch größer ist, sonst wäre es kein Supremum. Okay, jetzt folgt aus der Riemann-Integrierbarkeit aber auch noch, dass diese Supremum und das Infimum identisch sind. Ja, und das heißt einfach, wenn wir uns jetzt diese Differenz von g oben quer und g unten quer ansehen, dass dann, wenn wir dieses S-Stern, unten Stern, oben Stern, abziehen und dazu addieren, dann haben wir hier eine Null addiert, dass dann aufgrund dieser beiden Abschätzungen gerade diese Differenz durch Epsilon abgeschätzt werden kann. Ja, und damit ist diese erste Implikation gezeigt. Für die zweite Implikation wählen wir uns also hier ein Epsilon und nach der Annahme existieren Treppenfunktionen, deren Integraldifferenz kleiner als Epsilon ist und die eben unser f umschließen. Und nun geht folgendes, wenn wir uns dieses Infimum hier ansehen, dann war das das Infimum, welches das Oberintegral definiert. Und jetzt schauen wir uns das mal an, bei dem Infinum schauen wir uns Integrale von Treppenfunktionen an, und zwar Treppenfunktionen, die die größer sind als f und eine, also ein Kandidat für seine Treppenfunktionen ist eben g quer und weil das hier ein Infimum ist, ist das Integral über g oben quer größer gleich als dieses Infimum hier. Auf der anderen Seite haben wir die Monotonität des Integrals und wir wissen, wenn also wir hier ein beliebiges g nehmen, das größer gleich als f ist, dann ist das Integral von g größer gleich als das Integral von unten quer. Warum? Weil g größer gleich f ist und f ist größer gleich g unten quer und dann folgt das eben aus der Monotonität. Das heißt, wir können hier dieses Oberintegral einzwängen zwischen g unten quer und dem Integral g oben quer. Und genauso können wir beim Unterintegral vorgehen, da kriegen wir dieselbe Einzwängung, wobei wir hier mit der Extremalität argumentieren und hier mit der Monotonität. So, jetzt können wir uns die Differenz vom Ober- und Unterintegral ansehen. Ja, und damit ist diese erste Implikation gezeigt und für die zweite Implikation nehmen wir an, dass diese Aussage hier richtig ist und wir müssen zeigen, dass f Riemann integrierbar ist. Also ist der Epsilon größer 0. Wir wählen uns zwei Treppenfunktionen, deren integrierte Differenz kleiner ist als Epsilon und die eben das f einzwängen. Und jetzt schauen wir uns hier das Ober- und das Unterintegral an. Vielleicht schreibe ich das dazu, dass das hier tatsächlich das Oberintegral ist von f. Und wenn wir hier hinschauen, dann ist das zunächst mal ein Infimum. Wir nehmen also das kleinste Integral, wobei die g's hier alle größer sein sollen als f. Nun ist g quer ja so ein Kandidat. g quer ist größer als f und das heißt, weil das hier ein Infimum ist, ist also das Integral dieser Treppenfunktion schon mal größer als das Oberintegral. Und andererseits ist es so, dass g größer als gleich f ist, für alle g's, die man hier drin berücksichtigt. Und g unten quer ist aber auch kleiner gleich f, das heißt, alle g's, die man hier berücksichtigt, sind auf alle Fälle mal größer gleich als g unten quer. Und jetzt ist das Integral ja monoton und das bedeutet, dass das Integral über g unten quer kleiner ist als diese Integrale, über die man infimiert und damit ist auch das Infimum eben größer gleich als das, was hier zu sehen ist. Und so erhalten wir eben diese Einzwängung des Oberintegrals zwischen die Integrale von g unten quer und g oben quer. Und beim Unterintegral geht man genauso vor. Jetzt hat man also diese zwei Sandwich-Abschätzungen für die oberen Unterintegrale. Wir können jetzt die Differenz dieser Abschätzung bilden. Das passiert hier. Hier möchten wir eigentlich das Oberintegral betrachten. Und vom Oberintegral das Unterintegral abziehen. Und wir möchten zeigen, dass die beiden Integrale eben identisch sind. Das heißt, es sollte nach unten und nach oben durch die Null abgeschätzt werden können. Okay, jetzt fangen wir aber erstmal damit an. Wenn wir diesen Ausdruck nehmen, dann können wir den nach oben durch g oben quer abschätzen. Das ist dieser Teil hier. Und nach unten können wir den abschätzen durch g unten, Integral über g unten quer. Und das sehen Sie hier. Nur ist es anders aufgeschrieben. Hier hat man zwei Minuszeichen. Da kommt dann, die kürzen sich raus und Sie sehen das Integral g unten quer. Und Sie können Minus unter Integral nach oben abschätzen durch Minus Integral über g unten quer. Und nach unten abschätzen durch Minus Integral g oben quer. So, und dann kriegen Sie eben diese Abschätzung. Und da sehen Sie jetzt zweimal eben die integrierte Differenz von g oben quer und g unten quer. Und nach Voraussetzung ist diese Differenz eben kleiner gleich Epsilon. Die ist immer positiv übrigens, weil ja g oben quer größer als g unten quer ist. Also können Sie das nach oben durch Epsilon abschätzen und Minus diese Differenz nach unten durch Minus Epsilon abschätzen. Und jetzt war es ja so, dass das Epsilon beliebig war. Beliebig klein gewählt werden kann. Und dann folgt eben, dass das Integral, Oberintegral und Unterintegral von f identisch sind. Und damit ist der Beweis zu Ende. Okay, kommen wir zum Beweis von Lemma 4.17. Hier haben wir zwei Funktionen. Für beliebige Funktionen ist das Oberintegral definiert. Und im ersten Punkt wollen wir sagen, dass für positive skalare Lambda oder nicht negative skalare Lambda wir diese Identität haben. Das heißt, dort haben wir diese positive Linearität vom Oberintegral. Okay, schauen wir uns den Beweis erstmal an. Ja, für den Beweis dieser Aussage wollen wir uns daran erinnern, dass ja das Oberintegral definiert war als das Infimum aller Integrale von Treppenfunktionen, die größer waren als f. Und der Beweis wird auch so funktionieren, dass wir eben die Aussagen für die Treppenfunktionen beweisen. Dort ist es einfach, weil es einfach die Linearität des Integrals ist für Treppenfunktionen. Und dann eben zum Infimum übergehen. Okay, aber da das jetzt ein Infimum ist, kriegen wir auf diese Art und Weise immer nur eine Abschätzung nach oben. Und deshalb muss man hier ein bisschen mehr argumentieren noch. Zunächst stellt man fest, dass für Lambda gleich 0 nichts zu zeigen ist, weil dann bei der behaupteten Identität links und rechts einfach 0 steht. Deshalb dürfen wir annehmen, dass Lambda größer 0 ist. Und wir wählen jetzt eine Treppenfunktion, die größer als f ist. Und dann folgt, da ja Lambda positiv ist, dass dann auch Lambda g größer gleich als Lambda f ist. Das würde schon schief gehen, wenn wir Lambda durch eine negative Zahl ersetzen. Okay, weil das aber so ist, wissen wir schon mal, dass das Oberintegral über Lambda f kleiner gleich sein muss als das Integral über Lambda g. Und das hier ist eine Treppenfunktion-Integral. Und hier hat man einfach benutzt, dass das ja ein Infimum ist von solchen Ausdrücken hier. Und bei der Integral für Treppenfunktion wissen wir bereits, dass dieses ein linearer Ausdruck ist. Das heißt, wir können dort das Lambda rausziehen und haben dann von links nach rechts gelesen, diese Abschätzung nach oben. Und die gilt für alle Treppenfunktionen, die größer gleich f sind. Und wir können jetzt einfach zum Infimum über alle diese Treppenfunktionen übergehen und erhalten dann diese Abschätzung. Und wir möchten jetzt auch noch die umgekehrte Abschätzung beweisen. Und dazu verwendet man das gleiche Argument, aber man wendet es auf diese Funktion f tilde an. f tilde ist die Funktion Lambda mal f. Und wenn wir das so tun, dann können wir das Oberintegral von f ansehen. Wir können dann f aufschreiben als 1 durch Lambda mal f tilde. Und jetzt kann man wie hier argumentieren, dass man das 1 durch Lambda rausziehen kann und dafür eine Abschätzung nach oben bekommt durch das Oberintegral. Ja, und wenn man sich das jetzt anschaut, dann kann ich diese Abschätzung mit Lambda multiplizieren und erhalte genau diese Abschätzung aber mit dem umgekehrten Vergleichszeichen hier. Und dann, weil wir dann beide Abschätzung nach oben und nach unten haben, folgt dann die Identität und das war dann der Beweis der ersten Aussage A. Okay, jetzt wollen wir den Teil B beweisen des Lemmas. Das ist diese Aussage hier. Und hier steht im Wesentlichen, dass das Oberintegral subadditiv ist. Das heißt, die Summe, das Oberintegral über eine Summe ist kleiner gleich die Summe der Oberintegrale. Okay, wie sieht man das? Die Strategie ist ähnlich. Man wählt sich nun zwei Treppenfunktionen, die f und f tilde von oben abschätzen. Damit schätzt g plus g tilde auch f plus f tilde von oben ab. Und aufgrund der Definition als Infimum des Oberintegrals erhalten wir diese Abschätzung nach oben durch das Integral dieser Treppenfunktion, die hier steht. Und für Treppenfunktionen ist das Integral linear und das heißt, wir bekommen diese Identität. Und jetzt können wir hier zum Infimum über g und dann zum Infimum über g tilde übergehen. Und dann steht eben, dann steht hier die Behauptung. Und hier nimmt man natürlich das Infimum über alle Treppenfunktionen. Ja, und beim letzten Punkt der Aussage, die darin besteht, dass man hier das Minus 1 aus dem Oberintegral rausziehen kann, aber dann ein Unterintegral bekommt, kann man genauso argumentieren, indem man benutzt, dass wenn wir eine Treppenfunktion haben, die größer gleich f ist, und für die haben wir dann die Aussagen für das Oberintegral schon durchgeführt, dann folgt daraus eben, dass Minus f größer gleich ist als Minus g. Und wir können dann genauso argumentieren wie getan, nur werden wir dann eben, anstatt zum Infimum überzugehen, halt zum Supremum übergehen und erhalten auf dieser Weise auf der rechten Seite dann das Unterintegral. Ja, wir kommen jetzt zum Beweis von Proposition 4.18. Diese Proposition ist vielleicht das wichtigste Resultat in diesem Kapitel zu den Riemann-integrierbaren Funktionen, beziehungsweise zu den Grundlagen der Riemann-integrierbaren Funktionen. Und hier zeigen wir eben, dass sich die Eigenschaften, die wir bei den Regeln, beim Integral für Treppenfunktionen beobachtet haben, das heißt Linearität, Monotonität, Dreiecksungleichung und Fubini, sich auch auf das Riemann-Integral übertragen. Und wir werden nur die interessanten Teile des Beweises diskutieren und wir fangen mit der Linearität mit dem Punkt A hier an. Und hier gibt es zwei Teile. Zum einen möchten wir zeigen, dass Linearkombinationen von Riemann-integrierbaren Funktionen wieder Riemann-integrierbar sind. Das heißt, der Raum der Riemann-integrierbaren Funktionen ist tatsächlich ein Vektorraum. Und dann die zweite Aussage, dass das Integral linear von der Funktion abhängig ist, das erfolgt dann sehr einfach aus der entsprechenden Eigenschaft vom Integral für Treppenfunktionen. Diese Aussage werden wir nicht beweisen. Okay, also was wir zunächst zeigen müssen, ist folgendes. Wir wählen uns zwei Funktionen F1, F2, Riemann-integrierbar und ein Skalar-Lambda. Und wir möchten zeigen, dass dann diese Linearkombination wieder Riemann-integrierbar ist. Wir zeigen das mit Hilfe des Riemannschen Integrierbarkeitskriteriums. Das heißt, wir wählen ein beliebiges Epsilon Null und finden dann Treppenfunktionen, die die Fs umschließen und so dass die Differenz, die integrierte Differenz der Treppenfunktion kleiner als Epsilon halbe ist und wenn wir aufsummieren, dann eben kleiner als Epsilon. Jetzt kann man folgendes feststellen, wenn ich diese Linearkombination mir ansehe, dann wird die nach oben durch die Linearkombination der G obenquers abgeschätzt und nach unten durch die Linearkombination der G untenquers. Und ich bezeichne jetzt diese Linearkombination mit G obenquer und mit G untenquer. Und auf diese Art und Weise habe ich zwei Treppenfunktionen definiert, denn der Raum der Treppenfunktion ist ja wiederum ein linearer Vektorraum. Okay, und das Einzige, was ich jetzt noch zeigen muss, da ja G untenquer und G obenquer unsere Funktion hier umschließen, jetzt muss ich also nur zeigen, dass diese integrierte Differenz abgeschätzt werden kann durch ein Epsilon, wenn man so will. Oder zumindest durch etwas, was man beliebig klein wählen kann. Und dann folgt die Integrierbarkeit der Linearkombination. Und diese Abschätzung folgt direkt aus dieser Abschätzung hier. Da muss man nur ein bisschen rechnen und dann sieht man, dass man das Ganze hier durch 1 plus Lambda mal Epsilon abschätzen kann. Und damit ist der erste Punkt hier bewiesen. Ja, die zweite Aussage, die wir diskutieren möchten, ist die Dreiecksungleichung. Hier stecken auch zwei Aussagen drin. Erstens, dass wenn f Riemann integrierbar ist, dann ist auch die Betragsfunktion von f Riemann integrierbar. Also die Abbildung, die x auf Betrag von f x abbildet. Und die zweite Aussage ist, dass dann die Integrale sich so verhalten. Und jetzt ist es erstaunlich, dass diese erste Aussage gar nicht so einfach zu sehen ist. Da muss man ein bisschen arbeiten. Diese zweite Aussage, das ist dann wieder sehr schnell gesehen. Okay, wie zeigen wir diese Behauptung hier? Nun, wir werden das mit Hilfe des Riemann-Integrierbarkeitskriteriums zeigen. Das heißt, für ein Epsilon müssen wir dann zwei Treppenfunktionen finden, die dieses Betrag f umschließen und deren integrierte Differenz eben kleiner ist als Epsilon. Was wir auf alle Fälle finden können, da f Riemann integrierbar ist, sind Treppenfunktionen g unten quer, g oben quer mit diesen Eigenschaften hier. Und wir hatten ja unser technisches Lämmer, mit dem wir die Würfel so manipulieren konnten und auch die Darstellung manipulieren konnten, dass wir für verschiedene Treppenfunktionen eine gemeinsame Darstellung finden konnten, die auch eine gemeinsame Menge von disjunkten Würfeln nur verwendet. Und wenn wir dieses Lämmer jetzt anwenden, dann können wir ohne Beschränkung der Allgemeinheit annehmen, dass g unten quer sich mit Hilfe von diesen Würfeln darstellen lässt und g oben quer auch. Und weiterhin können wir folgendes machen. Wir sagen einfach, g unten quer ist das Infimum von f über die Würfel qj und g oben quer ist das Supremum von f über die Würfel qj. Wenn wir das machen, dann ist innerhalb der Klasse von Treppenfunktionen, die auf diesen Würfen beruhen, dieses g unten quer die optimale Wahl, sozusagen die optimale Wahl f zu wählen und g oben quer eben auch. Mit optimal hier bedeutet, g unten quer ist das Größte, die Größte Treppenfunktion, die unterhalb von f liegt und die sich mit diesen Würfeln schreiben lässt. Und hier ist es genau andersrum. Okay, und aufgrund dieses Punktes nehmen wir jetzt einfach an, dass unsere Schranken so eine Struktur haben. Wenn wir den Übergang machen von allgemeinen Treppenfunktionen zu diesen hier, dann wird auch hier diese Differenz kleiner, weil man eben g quer vergrößert und g oben quer verkleinert. Das wird größer gemacht, das wird kleiner gemacht und damit ist die Differenz insgesamt kleiner. Gut. Ja, und diese q1 bis qm sind eben Quader, die disjunt sind. Und jetzt basierend auf diesen Quadern definieren wir uns ein h unten quer und ein h oben quer nach dem gleichen Schema, nur wir ersetzen f durch den Betrag von f. Was durch diese Definition passiert, das können wir hier nochmal anmalen. Das wäre vielleicht unser f, unser Betrag f. Und wir haben hier unsere Würfel, unsere Quader. Und dann ist eben unser h unten quer, wäre dann diese Funktion hier. Wir nehmen immer das Infimum. Und das oben quer wäre eben entsprechend diese Abbildung. Ungefähr so. Okay. Und nach Konstruktion sind eben dann hier unten quer und hier oben quer Treppenfunktionen, die unser Betrag f umschließen. Und jetzt müssen wir nur noch zeigen, dass die integrierte Differenz von h oben quer minus h unten quer eben kleiner ist als Epsilon. Dann folgt aus dem Riemannschen Integrierbarkeitskriterium, dass Betrag f integrierbar ist. Okay. Wie zeigt man nun das? Zunächst einmal kann man sich auf diese einzelnen Würfeln hier zurückziehen. Und wenn wir jetzt nur einen Würfel betrachten und zwei beliebige Punkte in den Würfeln, dann folgt aufgrund der inversen Dreiecksungleichung diese Abschätzung. Das ist die inverse Dreiecksungleichung. Ich könnte zunächst einmal diese Differenz durch den Betrag dieser Differenz abschätzen und dann die inverse Dreiecksungleichung anwenden. So, und jetzt kann ich natürlich mehr Punkte wählen. Eine Folge xj wählen, die eine Supremierungsfolge sind und so das Betrag von f entlang dieser Folge gegen das Supremum von f, von Betrag f auf diesen Würfel konvergiert. Das kann ich machen und genauso kann ich das auf eine Folge y von y anwenden, die die Eigenschaft hat, dass Betrag f entlang dieser Folge gegen das Infimum konvergiert. Und wenn ich das mache, dann gilt entlang dieser Folgen gilt immer diese Abschätzung und dann im Grenzwert bleibt die Abschätzung erhalten. Und ich habe dann hier stehen, dass das Supremum über qj von Betrag f minus das Infimum dieses Ausdrucks abgeschätzt werden kann durch diese Differenz hier. Eigentlich müsste ich hier noch einen Betrag schreiben, links und rechts. Wenn ich diese Abschätzung anwende, aber weil das Supremum immer größer ist als das Infimum, ist diese Zahl sowieso positiv, dann kann ich den Betrag auch weglassen. Und das gilt auf jedem Würfel. Und das ist nämlich jetzt gut, jetzt können wir uns das Integral anschauen. Und weil das eine Treppenfunktion ist, ist das Integral nichts anderes als die Summe über alle Würfel. Und hier haben wir die Differenzen der Koeffizienten von h oben quer und h unten quer mal das Volumen dieser Würfel. Und auf diese Differenz können wir jetzt diese Abschätzung anwenden. Und dann kommen wir hier hin, wir schätzen nach oben ab. Und da wir hier nur positiv oder nicht negative Zahlen haben, schätzt sich die Summe insgesamt auch nach oben ab. Und dann erkennen wir hier auf der rechten Seite die Differenz von g oben quer und g unten quer auf dem Würfel qj. Und das heißt, das was hier steht, ist nichts anderes als das Integral von g oben quer minus g unten quer. Und nach Voraussetzung war das kleiner Epsilon. Und dann haben wir unsere Abschätzung, die wir zeigen wollten, gewonnen. Wir konnten zeigen, dass diese integrierte Differenz kleiner ist als Epsilon. Und dass diese a's f umschließen, Betrag f umschließen und damit ist Betrag f eine Riemann-integrierbare Funktion. Ja, und die Tragezumgleichung für das Integral selber folgt nun aus diesen drei Zeilen. Zunächst folgt aus der Tatsache, dass Betrag f größer gleich f ist, dass auch die Integrale so angeordnet sind. Das war die Monotonität des Integrals. Und andererseits wissen wir, dass Betrag f größer gleich minus f ist und daher sind auch diese Integrale so abzuschätzen. Und wenn man das zusammennimmt, dann folgt gerade, dass der Betrag des Integrals kleiner gleich ist als das Integral des Betrages von f. Ja, das Letzte, was wir hier aus der Proposition beweisen wollen, ist der Fubini. Dort wird man, beim Fubini integriert man einige Freiheitsgrade, also einige Variablen aus der Funktion eben schon raus. In dem Fall die letzten m-m Variablen. Man erhält dann eine neue Funktion, die nur noch von m Variablen abhängig ist und die Behauptung ist, dass das Integral über alle Variablen dasselbe ist wie das iterierte Integral, wo man erst m-m Variablen ausintegriert und dann m Variablen. Und eine Besonderheit, eine technische ist, dass man eben beim Ausintegrieren beim ersten Mal nur das Oberintegral zur Verfügung hat, weil man nicht weiß, dass die Funktion, die man bekommt, wenn man hier das x-Strich festhält und nur die x-Zwei-Strichs variiert, dass das tatsächlich eine Riemann-integrierbare Funktion ist. Deshalb verwendet man das Oberintegral, das immer definiert ist. Okay, schauen wir uns den Beweis an. Er steht hier. Beweis benutzt wieder das Riemannsche Integrierbarkeitskriterium. Wir wählen uns Treppenfunktionen für f mit diesen Eigenschaften. Dann können wir uns Treppenfunktionen h unten quer und h oben quer definieren, indem wir die n-m Komponenten als x-Zwei-Strich rausintegrieren. Wir wissen bereits aufgrund des Fubinis für die Treppenfunktionen, dass das ja Treppenfunktionen sind. Und aufgrund der Definition des Oberintegrals, das hier steht, hat man hierdurch eine Abschätzung nach unten und eine Abschätzung nach oben für dieses Oberintegral. Und dieses Oberintegral ist aber eine Abbildung von x-Strich nach R. Und das x-Strich lebt im Rm. Was wir jetzt zeigen können, ist, dass wenn wir diese Differenz integrieren, dann kriegen wir gerade aufgrund des Fubinis für Treppenfunktionen die Integrale über Rn von g oben quer minus g unten quer und diese nach Voraussetzung kleiner als Epsilon. Und das heißt, dass wir gezeigt haben, dass diese Funktion hier nach dem Riemannschen Integrierbarkeitskriterium eine Riemannfunktion ist. Das ist ein Teil der Behauptung. Und die Identität, die behauptet wurde, folgt dann wieder durch Übergang zum Supremum und Infimum und aus dem Fubini für Treppenfunktion. Und das ist ein Teil der Behauptung. Vielen Dank.